FÜRENZWANZIG Auch wenn das FC EA SPORT FC heißt Also... E-FC-FÜRENZWANZIG Ja, naja... EA SPORT KINNIGAME FIFA 24 So, jetzt gehen wir mal hier rein unter die Medititen Und wir konnten... Wir... Ich werde gute Spiele raussuchen Und gute Plätze öffnen Für meinen Kader Ich brauche gute Gesamtschütte für Tor Abwehr Mittelfeld Und den Sturm Aber ich glaube... Scheint habe ich schon hier schon ein paar Spieler In Revier bekommen Ja... Ein Tor kann man noch mal abrücken Ja... 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 Junde... Ja... Ja... 4... 3... Eigentlich kann man hier ein Update brauchen My mask is so I can't take anymore Why you ain't gay with me I pick open Ich habe einmal mal in den Modus schon mal reingespielt. Pets. Ich hoffe, das sind jetzt Pets zum Elften, man. Ich hoffe mal. Ich hoffe, die Trier und den, was bekomme ich hier? Uh, ein Lio Sané. Ich nehme den Lio Sané mit. Als nächstes fliegt ihm die auch. Uh. Dann werden wir den Brust hat, dann wird den auch noch hier mit rein. Okay. Okay. Boah, Alter. Jetzt kommen wir mal Legenden. Ich nehme natürlich wieder ein Game hier. Okay. Komm. Beide, die in Kulik kann man jetzt auch über die充 Zeit, genau. Frauen im Team reinbringen. Dann ist auch gleich der Richtung nicht. Gäh, kommh! Erlin Haaland! Ja komm! Da muss Erlin hin, ne, es... Alter... Ich muss die Gründer in den Scheidung fallen. Komm, es muss die Letende werden. Die Mitte für die Letende, oder? Tschüss, Mann. Mann, boah. Das ist so... Okay, wir aint livin'. Warte, im Team, im Team, nicht draus hörst, beide drinnen, warte, habe ich die jetzt bei mir oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe kein richtiger Pad geöffnet, aber es ist auch egal, dass ich kein richtiger Pad geöffnet habe. Jetzt gehen wir aber nochmal rein und gucken wir mal. Ich habe ein Kriger, warte ich meine Reine. Ich muss es sagen, ich sage es mit meinem Kopf. Ich pute meine Pissen in der Skye und so we're blessed. Die City ist auf fire, who kann we admire? Everyone's a preacher, no one's in the choir. Everyone's a... Nobody's a... If everyone's a... If everyone's a... If I'm gonna get it, then I'll share it with the rest, please. If I'm gonna do it, then me I'm gonna make it sexy. Misery, love, jealousy, and envy. Target is dead meat. If you wanna roll and zip my hand. Birds, I view with this thing I overstand. Redshift, flow to ceiling, wish to see it when we land. Wear it on my sleeve, I will meet for me. I'm gonna do my hair long and got the strip like a sub-son. I can't have any of my brothers get in a band. And I walk like a dark and a dark like a champion. Sexy and handsome. Habe ich jetzt hier wirklich an den Haaren land. Bei dem Team, muss ich Team bleiben, ja gleich die Stimmung bleiben. Wenn es Team bleibt ist, er muss bleiben. Auf jeden Fall bräuchte ich jetzt, ich nehm den alle den Lenin Haarland mit. Den tauschen wir, ja. Den tauschen wir, ja. und auf die 8 spannt würde wir mit rein nehmen und mit rein nehmen die will ich ja nicht kann er die spieler kann der haupt im sturm spielen eigentlich oh je der muss leider und weil es was leo san nicht dazu tut der muss hier einen statkel freien ja da krieg ich aber jetzt auf fünf sterne schauen nein ja so auf die achtsband ich würde schon zeigen Nein. Nein. So. So. Oh, mia. Okay. Aber ich bin hier in Berlin, die ich hier habe, zu kommen, und ich bin hier in Berlin. Aber ich bin hier in Berlin. Und ich bin hier in Berlin. Oh, don't touch your memories that made my alibi But now I've taken a bit In your own world, free your shame From here on out, I will not fit my frame Let the time reclaim Let the time reclaim Come, I'll see what I'm doing Pads open Booster, booster I have one booster pad I'm going to see what my booster pad is open Come One booster pad is open Come One booster pad is open What do I have here? What do I have here with the body? One booster pad is open 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 Okay, who can I get again? Xavi Alonso?! Ja weiß was, ich nehm Shabby Alonso mit Ich bekomm einfach mal Shabby Alonso Ich bekomm einfach mal Shabby Alonso Ich bekomm noch mal noch den Linh Haaland Ey und ey Okay, wer bekomm ich jetzt? Ich nehm den hier Der eine bessere, ich hab schon den geabt Der aus Lamberkusen Jürich In mein Team rein beitreten Jürich, ich hab hier Shabby Alonso bekommen Seine älter Mietkarte von Shabby Alonso Jürich, ich hab einfach mal Shabby Alonso Ich hab einfach mal Shabby Alonso bekommen Acht Komm direkt in die Stadt, das ist mit rein Oh, ne die Abwehr Die Abwehr werde ich auch noch verstärken in die Abwehr Mienen Lamberkusen-Spieler Jörne Im Alter Ey, ich bin jetzt mal bespannen Wie die sich steuern Im Game Gleicht Jürich, ich will jetzt hier Match machen Jürich, ich hab einfach mal Shabby Alonso Ich hab einfach mal Shabby Alonso bekommen Ich hab einfach mal Shabby Alonso bekommen Wie die machen Ich hab hier mit ihm gebildet women k Jürich Jürich, ich bin aber Jürich, ich bin aber Ich möchte jetzt aber nicht den Freunde antreten weil ich kann ganz einfach mal Ohr, nein, 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 sondern Ich möchte in den normalen Humidität den Modus rein. Außer das heute wurde zum Freundschaft und Humidität ähm umgeformt Ich will jetzt mal ein Spiel bestreiten Warte, Humidität Match Äh, das hat auch immer geklingelt Warte, ich Warte, ich kann nicht nur mal um das Team Match jetzt nur Freunde einladen oder auch mit anderen Freunden online spielen antreten Ich finde das ist ein Humidität Match Beide sind schon cool können wir es auch mal mit Daudi aus ... machen Wenn der beim wieder online kommt So, ich will jetzt im definitiven Match Ein Spiel bestreiten. Ich will jetzt mal gucken, wie sich hier spielt, Xabi Alonso. Ich will jetzt hier ein Mensch machen. Ein Mensch, den ernein fremden Online-Spieler. Teilen Freunden, kennt ihr nicht den Freunden in diesem Match, sondern richtig gegen einen fremden Online-Spieler. In Ultimate Team kannst du viele Inhalte erlernen und meistern. Mit den Grundlagen geht's los. Für jedes gemeisterte Ziel gibt es einen Bonus, also schließe sie alle ab. Also ich muss alle Ziele hier abschließen, für einen Bonus zu bekommen. Das ist ein Spiel.